Wildwanne Moin, ich bin Wartmannsheil vom Team Winz. Um schweres Wild bergen zu können, benötigen wir manchmal Hilfsmittel. Eine gute Wahl ist zum Beispiel eine Wildwanne in Schlittenform. Die drei Kufen an der Unterseite ermöglichen es, auch schweres Wild alleine ziehen zu können. Die Wildwanne besteht aus schlagfestem Kunststoff und besitzt die Maße 123, 60 und 20 cm. Rund oben befindet sie eine starke Kordel, die mit einem Haltegriff versehen ist. Das Material ist aus einem schlagfesten und kälteresistenten Kunststoff. Die 6 mm starke Kordel besitzt einen stabilen Zugriff. Und nach Gebrauch habe ich die Möglichkeit, das Ganze mit einem Klettband wieder zu verschließen. Viel Spaß mit der Wildwanne in Schlittenform wünsche ich Ihnen mit viel Wartmannsheil, das Team Winz. Und nach Gebrauch habe ich die Möglichkeit, das Team Winz.